so ich will noch mal bisschen mit der ist eigentlich ganz gut dass wir mit der kammer da habe ich mir aber viel reingehauen aber mal im ernst das sind keine blutrünstigen kriminellen in rapture wimmelt es von dichtern künstlern und tennisspielern aber nicht von bezahlten killern aber ihr anführer dieser fontaine der kennt sich mit gaunereien ganz genau aus selbst macht sich die hände nicht schmutzig er lässt aber durchblicken dass mit ihm nicht zu spaßen ist okay ja ich würde sagen wie gesagt fontaine ist glaube ich nicht der typ die man in seinem liebste es tut mir leid aber ich werde mich heute wieder verspäten rosenberg will mit mir über fontaine sprechen ich versuche hier einen ordentlichen finanzmarkt aufzubauen und alles woran dieser idiot denken kann ist einem her und genetische veränderung dort ich werde eine stunde lang so tun als ob ich dem armen kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den heimweg andre tja der andrew hat natürlich wahrscheinlich jetzt große probleme kacke 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 tja wie gesagt aus den schnecken wurde sozusagen das adam gewonnen und das adam war jetzt glaube ich nicht so wirklich gut für die leute und da hat wohl jemand ordentlich was geschnüffelt ne der doktor ist der doktor suchong war ja selbst schon so ein bisschen gaga das ist halt wenn man die zensur komplett weglässt oder so gewisse moralvorstellungen dann ist der mensch hat keine grenzen gesetzt man darf aber auch nicht vergessen dass der mensch von grund auf nicht gut ist egal was sie sagen der mensch ist von grund auf böse das ist so und wenn man keine zensuren kriegt und alles kriegt was man will und machen kann was man möchte dann hat man natürlich ganz schnell probleme ähm ich will da rein ich will da rein so da muss ich jetzt nach oben dann nach rechts dann habe ich schon mal ein bisschen ruhe das war ziemlich nice wenn ich jetzt noch so eins habe und so eins habe super gut ähm nee ich brauche eigentlich keine heilung aktuell ich hab vergessen ich muss mal auf die uhr gucken wie lange ich schon aufnehme obwohl das eigentlich relativ egal ist ne wir haben heute unsere mascha gesehen wir haben sie kaum erkannt Sam sagte das ist sie ich hab gesagt du spielst doch dieses ding das soll unsere mascha sein aber er hatte recht sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fischeries das Blut abgesaugt und als sie damit fertig war ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort Sam rief ihren Namen ich habe kein Wort rausbekommen Sam ist verrückt dieses Ding war nicht unsere mascha Tja ich würde sagen die Little Sisters werden genauso wie die Big Daddies gebraucht um das Adam wieder aus den toten Körpern zu recyceln und dementsprechend dementsprechend werden halt ich glaube auch Kinder entführt also hier geht's hier ist wirklich die Kacke groß am dampfen ähm neue Technik gibt es überhaupt ein unheil verkündenderes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms mit Shortenalarms wird ihre Signatur so verändert dass sie mit Alarmsensoren interagieren und so die Dauer manipulieren können ne brauche ich nicht boah ich sehe gar nichts ich finde aber die Atmos aber ich will jetzt auch nicht ähm den ganzen Scheiß hier erhellen weil ich muss sagen dass wenn wir es jetzt oha ähm ich will jetzt auch nicht hier ähm wie heißt's das Video heller machen oder so weil ich finde das macht die Atmosphäre extrem kaputt B äh Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn sie sehen Dinge die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge die sonst hätten liegen man könnte meinen sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick beim Durchsuchen eines oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen um etwas anderes zu erbeuten ähm Drecksack so Antiperson ist immer ganz gut gegen die haben wir noch ein Tagebuch gefunden Mr. Ryan ich glaube an Rapture doch das heißt nicht dass wir auch immer gewinnen Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture um mich klar auszudrücken wenn wir diesen lumpen Fontaine und wegen Diebstahls und die Klagei verhaften lassen müssen wir klarstellen dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen wir sitzen im Rad weil aus dieser Hammenschweine kommt nicht weil wir von Gott dazu berufen wollen ja der hat gar nicht so unrecht ich glaube die haben nämlich hier eine Razzia gestartet und haben ähm den einen dem Fontaine so ein bisschen die Fabrik weggenommen das was der ja eigentlich was der Endrow ja eigentlich wovor er fliehen wollte ich glaube das hat er äh Ionische Schrot ist eigentlich ganz gut 00 Schrot ich weiß nicht was der 00 Schrot ist das Explosivschrot das behalte ich mal ich kann besser singen als du das machst du aber fein Mädchen diese Maschine wurde gehackt und ist jetzt auf deiner Seite automatische Hacker warum nicht gut das macht der Big Daddy und 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 es ist eigentlich ganz cool dass der sich jetzt bisschen mit denen geboxt ich weiß der will mich super super ach alter nicht Mädchen komm es wird Zeit für den Bitchlab doch 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 nein schon wieder ach der Power auf Bitchlab ne Quatsch ich will ja jetzt den Gronki nicht nachmachen das ist unfair aber der hat ich hab mir das den ganzen Kram von dem so oft angeguckt so Schrot aufheben da oben die Frage was ist das ja super ich hab keine Ahnung wo ich lang muss so so da hat irgendwer gesagt kommst du mal nicht weiter drücke das und das aber wo muss ich denn überhaupt lang schwenken herauszoomen Tipps an es gibt drei Spidersplizer die fotografiert erstens findest du okay nur alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns ich muss also Spidersplizer fotografieren na dann komm mal her hm ich muss natürlich nicht lang ja auch ne wie bin ich denn da hingekommen ach da oben komm ich da wieder hin nein so ich muss Spidersplizer fotografieren die sind glaube ich richtig brutal die Frage ist wie komm ich da wieder zurück ähm Spidersplizer na dann komm her wer hat dich geschickt ich hab mich selbst geschickt so ok erstmal alles hier abgreifen so wo ist die andere alte mh Peppriegel ist immer gut gibt ein bisschen Muni Filme das ist super bisschen Kaffee getrunken ich glaube die Rohrdingsbums ist nicht schlecht Ja, super. So, Bandagen. Das ist schön. Hier liegt da noch ein bisschen Geld rum. Super, wir werden hier wieder ausgezeichnet, versorgt. Ich muss auf blinkende Sachen achten. So, es gibt noch einen weiblichen... weiblichen? Ich weiß nicht, einen Spider-Splice halt. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich da jetzt irgendwie die noch irgendwelchen... Ich bin ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Gut, im G-Patron bin ich... Naja, Finsternis hier unten, ne? Oh, das war gut. Forschungsbonus, erhört der Schaden. Super. So, wir können den Shit nämlich auch hacken. Finde ich gut, dass die Zeit stehen bleibt, während wir hacken. Ist jetzt nicht so ungeil. So, was war das jetzt? Forschungsbericht, Bonus, Actionfoto, Strafe. Motiv wurde schon fotografiert. Bonus, mehrere Motive. Tja, blöd gelaufen. Oh, das mit dem wechseln ist nicht so geil, ne? Aber gut, Antipersonen habe ich nur zwei. Pistolenkugeln habe ich auch nicht so viele. Peppriegel, Pistolenmunition, super. Aber Antipersonen, ich glaube, das ist echt... Rare Mut... Rare... Hm... 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 Von da kam ich doch, oder? So, ich kann jetzt hier... Ich geh jetzt mal... Von wo kam ich denn jetzt? Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus... Super. Ja, ja, die Deutschen und Hitlers Warnung und Scheiß. Das ist natürlich... Zeit für die Haier, sister Engel! Die stecken alle unter einer Decke. Aber sie kriegen nicht einen Zentimeter von Rapture! Nicht einen Zentimeter! Wo war denn hier noch eine Big Sister, eine Little Sister? Hab ich doch gesehen! Gehört! Ich hab die alte gehört! Na komm! Joach, lach du nur! Wenn ich dich kriege, bist du sowieso im Arsch! Und zwar... Dreimal! Safe, hacken! Ähm... So, ich brauch das da hier unten... Dann brauch ich noch eins nach unten... Dann brauch ich so ein Teil nach rechts... Und weiter... Und noch eins... Äh... Ba-ba-ba-bam... Hier haben wir noch eins... Hier haben wir noch eins... Das wäre optimal! Hat gerade so gepasst! Untersuchen! Pants... Oh! Oh geil! Das hat sich gelohnt! Natürlich alles voller Bibel... Ups! Wer hat das gesagt? Hände hoch! Ja, ja! Hände hoch! Hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Vielen Dank.